Das war alles eindrucksvoll. Oh, Begleiter-Kubus, Begleiter-Kubus, hallo, Begleiter-Kubus, hallo, hallo, hallo. Was hat der jetzt eigentlich geändert? Also, ich sehe jetzt nichts, was er jetzt geändert hätte. Ah, so sagt mir das keiner. Ich habe es erst gar nicht gesehen. Das muss ja auch alles schwarz sein. Verdammt. Ach komm schon. Wie kann das? So. Hier geht es weiter. Ich schätze mal, den muss ich mitnehmen. Ja. Na. So. Guuuut. Dann. Dann. Dann, 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 dann. Pack ich da erstmal ein Portal hin. Äh. Ach, das ist das Rennen-Dings. Alles klar. Alles klar. So. Na. Ist egal. Ist egal. Ich glaube, den Kubus lasse ich aber erstmal hier. So. Wieso ist hier ne... Mach egal. Ah. Da ist gerade der Pult hin. Ach, da oben. Ach, das ist da, damit ich den Kubus holen kann. Hallo, Begleiter-Kubus. Hallo. So. Und weiter geht's. Hallo. Schön. Hallo. Nio. So. Äh. Komm her. 70 Minuten. Haben wir aufnehmen. Ich brauche jetzt mal da drauf. Und dann passiert das da. Och. Mensch, bewegt dich doch nicht so viel. Begleiter-Kubus. Was macht der Schalter hier? Ah. Ah. Alles klar. So sieht das anders aus. Ach egal. Ja, wieder ne neue E-Mail. Super. Ich wüsste was, ich mach das jetzt mal das Handy auf. Lautlos. So. Bitte Ladegerät anschließen. Ja, deine Mama bitte anschließen. Danke. Hm. Nö, hier komm ich nicht wieder raus. Hm. Hm. Interessant. Interessant. Ah. Das ist doch irgendwas. Nee. Komisch. Ich komm nicht weiter. Ah, ich muss es besser timen. Alles klar. Nein. 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 Jetzt vielleicht? Nein. Ach, Mensch, ach, Mensch, ach, Mensch, ach, Mensch. Verdammt, das war ein bisschen, aber es war schon sehr nah dran. Sehr nah. Verdammt nah. Fucking nah. Nein, das war zu spät. Ach. Ach, Mensch, immer dieses Timing-Zeug. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Geht doch. Ich weiß, dann muss ich den wieder draufpacken. Hallo. Mal wieder den richtigen Moment abpassen. Hallo. Vielleicht da drauf. So. Ach, Begleiter Kubus. Jetzt zick hier mal nicht rum. Hallo? Geht doch. Okay. Okay, jetzt muss ich wieder den richtigen Moment abpassen. Like a boss. Okay. Och, Begleiter Kubus, jetzt fick dich einfach mal. Ja? Danke sehr. Warum konntest du so nicht gleich stehen bleiben? Hä? Hä? Warum musst du immer runterrutschen? Hast du die Vaseline auf den Arsch geschmiert oder was? Zack. Ah, hier geht's jetzt weiter. Tschüss, Begleiter Kubus. Vielleicht werde ich dich sogar vermissen. Mal sehen, was macht denn der Knopf hier? Ach. Alles klar. Ach, kommst doch mit, Begleiter Kubus. Ausnahmsweise. Ja. Weil ich so nett bin. Deswegen kommst du jetzt mit. Doch, weil ich so böse bin. Such's dir aus. Ja, ich möchte gerne den Knopf drücken. Den Knopf. Das war ein cooles Level. Ja, das war schon sehr cool. Das muss man schon sagen. Ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. So. Jetzt reicht das aber. Man sieht dich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.